Wir heißen The Goal Challenge mit Hausaufgastwenderin Sarah Ziede und Thorb-Erbeiß-Bestwenderin Adéa Wassen. Und hier, let's go! Eieee! 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 Ja, ein gewöhnlicher Gesangel, die wir hier haben Angst haben, hätte ich es machen. Die Heize The Goal Challenge. Die eine kann es nicht. Die andere macht es sicher. Ja, unumschiedend für alle.